Wir sind die Familie Stucki vom Schlossgut in Schlosswil. Ich bin Ben. Ich bin die Brüding. Ich bin die Brüding. Ich bin die Brüding. Ich bin die Lara, die Rianne und die Lena. Wir produzieren seit drei Generationen schon vor. Die Heulen dürfen wir zuerst einmal kosten, von unserem Urding von Ostrow auf Münsingen in München geben, und dann auf den feinen Tegwaren vor Landjahren produziert werden. Wir bekommen hier von der Produzenten zur Urding. Wir reinigen und einlagern in die Silo. Anschliessend wird er geräumt, d.h. von den Spelzen entfernt. Dann wieder nachgereinigt, angenetzt und vorbereitet für das Vermeulen hier auf unserem Vermeulungssystem. Zur Dunst und auch für die Teigwaren. Ich bin der Becker Marcel. Ich bin zuständig für den Transport von Trossgebinden und liefere die Drohwaren zum richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ich bin Daniel Rohrbach. Hier bei Ostrowing machen wir Teigwaren aus dem feinen Urding von Schlosselieu. So, ich habe gerüstet. Jetzt gehe ich liefern. Bei denjenigen, die geliefert haben, unsere Aaregutprodukte. Sie sind erhältlich bei uns im Fold im Bau. Weitere Verkaufsstellen sind unter aaregut.ch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.